Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Heute wieder sehr viel Schönes dabei und ja, wir starten gleich mal durch mit Queen Aminata. Die wurde bei All Elite schon das eine oder andere Mal eingesetzt, in letzter Zeit sogar relativ häufig. Und jetzt kam aber auch raus, dass sie wohl einen Vertrag bei All Elite unterzeichnet haben soll. Es gab zwar noch nicht das offizielle Queen Aminata All Elite Poster, Bild, aber trotzdem soll sie wohl da sein. Es ist doch noch nicht ganz klar, ob sie wirklich einen Vollzeit-Deal hat und Filmer quasi eingesetzt wird. Oder ob sie nur so einen Deal hat, wo sie halt nur für jeden Auftritt bezahlt wird. Trotzdem soll ein Deal bestehen. Manchmal ist es ja auch so, dass die Wrestler quasi so einen Handshake-Deal haben. Aber jetzt soll hier wirklich was Schriftliches gemacht worden sein. Dann geht es weiter mit TNA. TNA Wrestling hat sich ja umbenannt und hat natürlich auch neue Titel. Ich hatte euch schon mal gesagt, dass es neue Titel gibt, habt aber noch nicht alle gezeigt. Es gibt natürlich auch neuen World-Title, es gibt einen neuen Knockouts-Title und so weiter. Gerade in dem World-Title finde ich sowas von nice. Den muss ich mir auf jeden Fall irgendwie organisieren und die hinten in den Hintergrund stellen. Das ist einfach sowas von geil, das Teil. Und ja, bei Impact können wir gleich bleiben. Denn auch Fandango, aka Dirty Dango, hat bei Impact Wrestling, aka jetzt TNA, einen Vertrag neu unterschrieben, beziehungsweise seinen Vertrag verlängert. Der ist da schon seit einiger Zeit und wird da auch noch ein bisschen bleiben. Zumindest bis Dezember. Eigentlich lief der Vertrag nämlich jetzt aus, aber man hat ihn jetzt mal bis Dezember noch verlängert. Also auch nicht super lang. Aber ja, muss man mal sehen, wie sich das dann halt entwickelt. Außerdem, bei New Japan Pro Wrestling haben wir den guten Tama Tonga jetzt auch schon wieder nicht mehr dabei. Bei New Japan geht auch eine ganze Menge zur Zeit. Da verlassen auch einige Leute die Company, ändern das und trotzdem kann New Japan neue wieder aufnehmen und so. Also da ist wieder viel auch unterwegs und viel im Wechseln. Nicht nur bei All Elite und bei WWE. Jetzt kam zum Beispiel halt Tama Tonga, der nicht mehr auf der New Japan Seite ist. Der quasi ja dann auch offiziell raus ist aus dem Ganzen. Und ja, so viel dazu. Könnte also auch jederzeit woanders auftauchen. Dann gab es ein Interview mit Matt Riddle. Der dümpelt ja so ein bisschen gerade in den Indies rum. Hat zwar gesagt, er hätte zum Beispiel auch Bock bei All Elite aufzutreten. Aber das muss noch nicht so schnell sein. Also der genießt jetzt erstmal so ein bisschen seine Zeit. Hat aber auch gesagt, dass eigentlich der Plan war, 2022 ihn zum Royal Rumble Sieger zu machen. Das hat man zwischendurch dann geändert. Lesnar hat das Ding dann gewonnen. Aber Ursprungsplan war mal, Matt Riddle den Rumble gewinnen zu lassen. Das ist doch schon sehr interessant auf jeden Fall. Außerdem gibt es ja immer noch das Gerücht, dass es irgendwann mal zu diesem Match kommen sollte zwischen Goldberg und Matt Riddle. Und dieses Match wurde von der WWE Seite nie gemacht. Aber generell hat er immer noch Bock auf dieses Match, also Matt Riddle. Und hätte Bock, das irgendwo zu machen. Zum Beispiel All Elite oder TNA oder New Japan. Er ist auf jeden Fall offen dafür. Ist natürlich aber auch die Frage, wie offen dann Goldberg ist. Weil da muss natürlich einiges an Kohle fließen. Dann kommen wir zu Tony Khan. Der hat in der letzten Zeit sehr auf sich aufmerksam gemacht. Aber eher im negativen Sinne. Da er sich so ein bisschen gerade beschwert über verschiedene Kritiken für oder gegen All Elite. Da gab es zum Beispiel die Ansetzung zwischen dem Match von Hook und Samoa Joe. Und das wurde ein bisschen kritisiert. Von wegen, jo, wer ist denn Hook? Was soll denn das? Und so, warum kriegt der einfach gleich ein All Elite Titelmatch? Und gleichzeitig wurde aber für eine Raw Episode ein World Title Match zwischen Jinder Mahal und Seth Rollins angesetzt. Das ist jetzt drei Wochen her oder so. Und da hat er sich übelst drüber aufgeregt, warum die Leute über sein Booking meckern. Aber die WWE macht das auch so. Und da ist natürlich alles in Ordnung. Daraufhin gab es ein bisschen, ja, Shots, die da zurückgefeuert wurden auf jeden Fall. Denn das kam nicht so gut an, dass er da so ein bisschen rumheult. Und seitdem gab es auch mehrere Tweets, wo man immer wieder gemerkt hat, ja, der ist irgendwie ziemlich pisst, dass alle sich über ihn aufregen. Aber das Thema hatten wir schon mal, dass hier ja bloß Kritik gegenüber Toni Kahn geäußert wurde oder wird. Und generell, dass er vielleicht als Clown bezeichnet wird oder so. Aber Vincent McMahon hat man teilweise den Tod gewünscht. Das ist ja schon noch ein krasser Unterschied. Deswegen, ja, ist halt einfach so, du hast immer Feinde als Promoter. Ich kenne das auch, das ist halt einfach, das gehört zum Geschäft. Ansonsten gibt es aktuell noch eine fette Rabattaktion bei Smilodox. Ihr bekommt nämlich gerade nicht nur 30%, sondern ihr bekommt auch noch einen Gratis-Anzug obendrauf. Ab 100 Euro Mindestbestellwert. Das heißt, wenn ihr einen Anzug bestellt, bekommt ihr 30% Rabatt und einen zweiten Anzug komplett obendrauf. Checkt das auf jeden Fall aus. Smilodox.com und guter Code Martin nicht vergessen. Dann gab es vor einiger Zeit, und zwar schon ein paar Jahre her, gab es eine Anzeige gegen WWE und gegen All Elite von einem Typen, der behauptet, dass seine ganzen Ideen von All Elite und von WWE geklaut werden. Die ganze Zeit, eigentlich ununterbrochen. Diese Klage wurde damals abgeschmettert, also schon vor Gericht einfach abgelehnt, aber das Ganze wurde jetzt nochmal neu gemacht. Es geht darum, dass er zum Beispiel eine Promotion gründen wollte und damit schon in Kontakt mit einigen Bullet Club-Membern stand. Das heißt, er wollte quasi sowas wie All Elite machen, bevor es All Elite gab. Dann hat es aber All Elite so gemacht, mit Bullet Club-Membern und so, mit den Young Wags, Cody und so weiter. Und jetzt sagt er, ja, das war meine Idee und ihr kopiert die einfach und macht so übelst geiles Geschäft mit All Elite und so. Und er will hier auf jeden Fall ein bisschen Kohle abgreifen. Die erste Klage, die da kam, da wollte er noch 250 Millionen irgendwie als Schadensersatz haben. Jetzt ist er schon mal ein bisschen runtergegangen in der neuen Klage auf 250.000. Ja, ich denke mal nicht, dass das großartig durchgehen wird. Schauen wir mal. Aber ja, das ist auch wieder wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger, sowas durchzudrücken. Dann haben wir mal wieder ein paar Verletzungen. Dieses Mal betrifft es zum einen einen Referee, der bei SmackDown eingesetzt wird, Jason Ayers. Der hat jetzt bekannt gegeben, dass er sich sein Bein gebrochen hat. Fällt damit natürlich einige Monate aus. Und dann gab es bei einem NXT Live-Event einen ziemlich schlimmen Vorfall mit Cora Jade. Die hat sich nämlich ebenfalls am Bein verletzt und fällt damit jetzt auch lange, lange Zeit aus. Die kam ja erst jetzt aus einer Knie, also die kam ja erst zurück, hat jetzt aber halt wieder eine Knieverletzung. Und ja, das Ganze bei dem WWE Live-Event, deswegen hat es kaum einer mitbekommen. Es ging zwar so ein bisschen durch die Nachrichten, aber hier natürlich auch noch. Sie hatte dort ein Match gegen Lyra Valkyria und sie haben in dem Match ein bisschen gearbeitet und haben so eine Verletzungs-Storyline in dem Match gemacht. Letztendlich gab es dann aber wirklich die Verletzung am Ende und das ist natürlich erst mal erst recht scheiße. Also Cora Jade auf jeden Fall aktuell wieder mal ausgeschaltet und ja, fällt da längere Zeit aus. Schwere Knieverletzung auf jeden Fall bei ihr. So, dann bin ich ja manchmal ein bisschen selbst verwirrt, was manche Heel-Faces in der WWE angeht. Manchmal switcht man das ohne wirklichen Sinn und hier gab es zum Beispiel jetzt ebenfalls wieder so einen Vorfall. Bobby Lashley und die Street Profits sind nämlich jetzt im internen Roster und natürlich auch so in den Shows wieder als Face gelistet. Das heißt, es sind wieder die Guten. Wie das genau passiert ist, ist halt komisch, weil die wahren Heel die ganze Zeit wurden dann von der neuen Heel-Gruppierung von Karrion Kross und den Authors of Pain attackiert und damit sind sie Face geworden. Es gab keinen richtigen Face-Turn. Es gab einfach nur eine Attacke von anderen Heels. Das ist zwar kein Face-Turn, aber ja, hat man halt interne wirklich als solchen gewertet. Also Bobby Lashley und die Street Profits sind jetzt wieder die Guten. Und dann gab es noch bei TNA ein paar Probleme rund um Trent Seven. Der war nämlich eigentlich für den Hard-to-Kill-Paperview angekündigt und konnte aber nicht hinreisen. Es gab also Reiseprobleme mit ihm und deswegen konnte er dort nicht auftreten. Wurde durch Laredo-Kit ersetzt, haben wir alles schon gesehen, aber trotzdem wollte ich noch sagen, woran es lag. Und der gute Alex Hammerstone, der ebenfalls dort eingesetzt wurde und ein richtig geiles Match gegen Josh Alexander hatte. Der ist aktuell Free Agent, der war mal bei MLW und ist halt jetzt unter keinem Vertrag. Das heißt, den könnte man jederzeit unter Vertrag nehmen und da kann es natürlich auch sein, dass TNA sich den natürlich unter den Nagel reißen wird, weil es so ein gutes Match war. Das heißt, hier eine gute Leistung abgeliefert und dann natürlich die Frage, holt sich TNA den oder vielleicht jemand anders, der sich den wegschnappen könnte. Ansonsten gibt es noch was zu The Rock und Roman Reigns. Aktuell scheint wohl alles eher der Plan zu werden, dass man dieses Match wohl beim Elimination Chamber Pay-Per-View machen sollte. Beziehungsweise hat die Regierung beantragt oder angefragt bei der WWE, weil das Ding ist in Australien, dass sie unbedingt The Rock bei dieser Show haben wollen würden. Roman Reigns ist aber aktuell noch nicht sicher, ob der wirklich da sein wird. Das ist halt immer so eine Sache. Also The Rock wird auf jeden Fall da sein. Zumindest ist das der aktuelle Stand, beziehungsweise wollen die das so und da The Rock ja jetzt immer mehr Anteile von WWE hat und so weiter, sich mehr reinzweckt, sollte das vielleicht sogar auch möglich sein. Ist dann halt die Frage, was wir denn wirklich machen mit dem Match, ob jetzt Roman Reigns dann auch da sein wird oder nicht. Weil eigentlich sollte auch CM Punk bei diesem Event sein, aber der ist ja jetzt verletzt. Das heißt, alle Pläne, die eigentlich bis vor der Verletzung von Punk bestanden, sind eigentlich jetzt alle hinfällig. Damit brauchen wir vielleicht noch die ein oder andere Star-Power für dieses Event. Ja, gucken wir mal, ob man dann The Rock wirklich dafür nimmt. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal das News-Update für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, Freunde, checkt Smilodogs aus und deckt euch ein mit sehr wunderschönen Klamotten. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, eure Meinung in die Kommentare spammen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Weitermachen, haut rein, Kuss geht raus und ciao.